Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ich habe ein neues Paket zugeschickt bekommen und den Inhalt darf man jetzt gleich erst zeigen. Spoiler, da hinten läuft gerade der Poco F4 GT Livestream. Jetzt könnt ihr euch denken, was hier drin ist und ich habe es natürlich auch schon in die Videobeschreibung geschrieben, beziehungsweise in den Titel. Vorsicht, 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 was für eine Box, was jetzt ging hier Presse-Sample-mäßig raus. Level Up Light, ja zum Gucken, aber ich meine, wo ist das? Ja, also das ist hier einmal in der Pressebox. Das Interessante an dem Ding ist aber, tjupp, das neue Poco F4 GT. Preise dürfen ab jetzt auch genannt werden. Ich habe geschluckt 500 und, nein, 600 und 700 Euro im UVP. Basisversion für 600 Euro, also 599, wie es ja immer so schön heißt, sind dann 8 GB RAM, 128 GB Speicherplatz und dann für ein Hunderter mehr gibt es 12 GB, 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz, also dann für 700 Euro. Was das hier, ah, die Presse hat die große Version bekommen in Night Silver. Sehr schön, gucke ich mir auch direkt an. Wir packen es jetzt auch aus. Eine Sache rettet es, jetzt nicht hier Vorbestelleraktion, 100 Euro weniger, Early Bird, was sie wieder fahren, sondern es ist mal wieder so typisch Poco F-Serie. Den dicksten Prozessor, den sie finden können, ist aktuell der Snapdragon 8 Gen 1. Den packen sie rein und darüber kommen sie jetzt und sagen, naja, guck mal, wie günstig du seinen Flagship-Prozessor kriegst. Ja, gucken wir uns den Rest auch an. Den habe ich dann wahrscheinlich bei den Kameras wieder gespart. Aber das sind wir ja von Poco gewohnt. Gerade die F-Serie ist ja eher was für Leistung. Aber jetzt packen wir es mal fix drüben aus. So, unten ist es noch zugeklebt. Sehr schön. Einmal Ratsch, einmal Ratsch und dann gucken wir jetzt einmal rein. So, Specs kann ich ja schon mal einblenden. 6,67 Zoll, AMOLED-Display, 120 Hertz. Sehr schön, dass sie da nicht gespart haben. Prozessor und RAM haben wir ja schon gesagt. 4.700 mAh Akku, 120 Watt laden. Das kann ja inzwischen, naja, ich würde nicht sagen jedes Xiaomi-Smartphones, aber viele. Ach ja, und dann heißt es ja wieder bei Poco, wir sind nicht Xiaomi. Na klar, gehst du auf die deutsche Xiaomi-Seite und das Erste, was dir ins Gesicht hoppelt, ist, welches Smartphone willst du kaufen? Xiaomi, Redmi oder Poco? Auf der Box steht lustigerweise nichts doch da. Sogar auf der Box von außen. Xiaomi Communications Limited. Also, 6,8, 8,1er hatten wir. 120 Hertz OLED auch. 120 Watt laden, 4.700 mAh Akku. Kein drahtloses Laden. Da ist jetzt so einer von den Abstrichen, den man machen muss. Und sie werden beim Poco F4 GT, das GT steht wahrscheinlich für geiles Teil oder Gaming Toll oder Gigaset, ich weiß es nicht, naja, dass sie hier magnetische Pop-Up Triggers haben für die Gamer. Gucken wir uns mal an. Uh, Silber, schönes Silber. Ist schönes Silber. Ich ziehe noch eben mal den Aufkleber ab. Uh, das ist jetzt hier, ihr seht es gerade, eine sehr spiegelnde Kombination, aber es ist ein mattes Spiegeln. Das ist hier gerade mal wieder was, so Kategorie sieht man nicht oft. Und sagt bloß, sie haben den LED-Blitz in, äh, ja, den LED-Blitz in Blitzform gezaubert. Jo, warum eigentlich nicht? Da bin ich jetzt nochmal mal gespannt. So, Poco-Logo ist auf der Rückseite zu sehen. 5G auch. CE-Zeichen, deswegen lache ich nicht, sondern sogar auf dem Gerät selber. Steht auf der Rückseite Xiaomi Communication Scroll Limited. Nur für den Fall, dass mal wieder jemand sagt, versucht einem Poco als nicht Xiaomi zu verkaufen. Bevor wir um das Gerät rumgehen, ich schalte es mal eben ein. Och, das macht aber einen netten ersten Eindruck mit den geraden Seiten. Ich drücke hier gerade die An- und Austaste. So, lassen wir es kurz hochfahren. Währenddessen gucken wir, was sonst noch in der Box ist. So, wir kriegen, ja gut, den bekannten 120-Watt-Charger oder das 120-Watt-USB-A-Ladegerät. Uh, laute Lautsprecher. Zumindest jetzt so beim Starten. Also, keine Überraschung. Und wir bekommen, hä, neues Kabel. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ein mit nach, nur oben. Ist das ein Max-Safe, krass, Max-Safe-Ladeteil. Aber es sieht nur so aus. Sie haben sich was überlegt. Ein Alt-Stecker für das F4 GT ist aber ganz normales USB-C. Aber jetzt mit Orange gehalten. Da bin ich aber mal gespannt, ob ich da irgendwas an Unterschieden bei dem Kabel zu den, ich sag mal, normalen 120-Watt-USB-A-USB-C-Kabeln sehe, die sie den Geräten ja sonst beipacken. Also, jetzt hier den ganzen, was hatten wir als letztes? Also, Xiaomi, Redmi, Pro Plus, Alpha, hüpfti, hüpfti. SIM-Karten-Tool haben wir dabei. Dual-SIM. Keine Micro-SD-Erweiterung. Direkt als Hinweis. Dual-SIM. Was haben sie noch hingeschrieben? Beide SIM-Slots, 5G, also, aber gut, das kennen wir ja bei Xiaomi auch schon länger. Warranty-Card, Start-Guide und gucken wir auch hier, Widerseite, 14 Deutsch. Die haben auch ein Heft für alle Smartphones. Und wobei sie hier noch diese Pop-Up-Triggers einzeichnen müssten. An der rechten Seite, oben und unten. Toggle-Switch, Toggle-Switch, Power-Button. Gut, gucken wir uns mal an. Und die Micro-SIM-Karte als Hinweis. Und, guck mal hier, keine Aufkleber. Uh, da haben wir doch sogar noch Adapter. Ach, guck mal, USB-C wahrscheinlich auf Klinke für Kopfhörer. Ja, ja, ja. Aha, da lassen sie sich nicht lumpen. Aber Aufkleber, Poco-Aufkleber wie früher gibt es nicht mehr. Und wir haben eine transparente Hülle noch für das Teil. Ja gut, da motze ich nicht. Wobei auf der anderen Seite, 600 und 700 Euro UVP, kann man ja von fast erwarten. So, dann, das Gerät selber fühlt sich eckig an. Ist ein bisschen hoch, ist ein bisschen dick. Weil man dann überlegt, es ist nur 4.700. Ja gut, da kenne ich eigentlich Geräte, die haben 5.000 mAh Akku und vor allem fetteres Kamera-Array drin verbaut. Denn hier, Hauptkamera, irgendwo muss ja abgespeckt werden. Hauptkamera sind zwar 64 Megapixels, aber der, naja, bekannte Sony IMX 686er, eher so Mittelklasse. Aber wir kennen es ja bei den Pocos, für Fotos da nichts allzu viel erwarten. Weitwinkel sind 8 Megapixel und das dritte auf der Rückseite ist eine 2 Megapixel-Marco-Kamera, die wir auch knicken können. Selfie-Kamera wird ein bisschen interessanter. Ihr seht es Mitte als Punkt. 20 Megapixel. Sony IMX, boah, 5, nicht 96 andersrum, 5, 9, 6er. Warten wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. So, und ansonsten gehen wir jetzt ums Gerät rum. Also, An- und Austaste, schön mittig. Komme ich dran als rechts, als auch als Linkshänder, das passt. Dann habe ich den Stoggle-Switch, ne, an-aus. Huhu, krass, der geht ein bisschen leichtgängig, aber der Klack-Sound, hört ihr das? Klack. Das ist, also, er geht sehr leichtgängig, aber das Klicken ist nur ein bisschen sexy. Dann, jetzt haben wir diese magnetischen Trigger-Tasten. Da kann man nichts drücken, wer sich das jetzt hier gefragt hat. Nein, das ist nicht zum Drücken, das ist nur wahrscheinlich dann, tippt, 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 tippt. Telefon, unten USB-C und der zweite Lautsprecher. So, und jetzt, aber guck mal hier, das ist, ob ich hier beim BBK-Konzern bin. Ich komme, beide Tasten mittig angebracht. Damit hätte ich jetzt null gerechnet. Xiaomi, Xiaomi, Poco, Poco. Großes Lob. Also, ich komme als Rechtshänder an leiser und an lauter und an die Taste und dadurch, dass sie mittig sind, kriege ich das Gleiche auch als Linkshänder hin. Schön. Hier hat jetzt endlich einer mal mitgedacht mit der Positionierung. Gefällt mir. Gefällt mir ausgesprochen. So, Kameras auf der Rückseite stehen so ein bisschen raus, dann haben wir das auch. Ja, also, Einziges, was ich hier sage, ist vielleicht ein Ticken dick, als ich das von den Specs hätte erwartet. Aber vielleicht war ja hier so auf Gaming Power oder Power steht. Vielleicht mussten sie das ein bisschen dicker bauen für die Kühlung. Gucken wir mal. Gerade beim Snapdragon 8 Gen 1, ne, der muss man ja, ja, da haben die Entwickler oder die Hersteller wirklich eine leichte Herausforderung, das Ding vernünftig kühl zu kriegen. Gut, das war jetzt das Unboxing. Ich bin sehr gespannt, ne. Schöne Nummer, also optisch, ja, 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 ja. Beim Preis habe ich es ja schon gesagt. Ich meine, da sind wir beim F3 letztes Jahr, ne, da waren dann die Start-UVP-Dinger bei 300 Euro. Hier sind wir jetzt 200 Euro mehr und das auch nur zum Startpreis. Huiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Gucken wir mal, was die Kiste taugt. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.